Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Robly Live gemeinsam mit McFox. Heute werden wir schwer was auf dem Bau zu tun haben. Bevor wir das aber machen, seid doch so lieb und denkt wie immer an eine kleine Bewertung. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal und darüber würde ich mich riesig freuen. Denkt wie immer daran, die Qualität ist etwas niedriger, da es sich hier um ein Stream Capture handelt. Schaut übrigens auch gerne mal live vorbei auf twitch.tv slash malvini. So, und jetzt habe ich auch schon genug gequatscht. Let's go! So, erstmal Demolition-Job und Holzhacken. Der Demolition-Job gibt ordentlich Knete, weil der aus mehreren Teilen besteht. Das Problem ist, oh warte mal, nee, das ist aber eine blöde Idee mit dem Heli, sehe ich gerade. Kannst du da runter? Obwohl, nee, mir ging es ums Auto, aber da steht ein Auto mit Kofferraum, weil wir werden dadurch, dass das mehrere Schritte sind, auch mehrfach Geld bekommen. Und der nächste ATM ist ein bisschen weiter weg, aber wir klauen uns jetzt einfach das Auto hier. So, komm mit! Boom! Nee, 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 bloß nicht! Nein, 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 das brauchen wir nachher noch für einen Job. Nimm das da runter. Nicht, dass die Maschine nachher crasht. So. Supervisor says we need to knock this house down and start again. Okay. Accept Job. Yes. Willst du TNT nehmen? Gute Idee. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Ich habe dir ein bisschen freigemacht und du machst halt TNT rein. Ja, kaputt machen. Hopp. Ups. Ich schärfe, ich glaube, ich habe hier was kaputt gemacht. So, die letzte Ecke darfst du. Yay, Job complete. Oh nein. Was denn? Shit. Das Ding ist oben drauf. Will ich auch runterholen. Ja, nee, warte. Ich versuche sonst einfach gut doll genug zu bremsen, dass er runterrutscht. Okay, so geht's auch. So. Mir liegt drin. Da ist mein Geld. Was für ein Ding? Deiner liegt drin. Nein, nicht drin. Ja, habe ich gesehen. So. Okay. Vorsichtshalber zumachen. Wir wollen ja nicht, dass hier jemand was klaut. Jetzt können wir nochmal zu ihm gehen. Denn das sind nämlich mehrere Jobs immer nacheinander. Oh Gott, was sollen wir machen? Ach so, recyceln. Ja, ja. Äh, shit. Wie macht man das nochmal? Ach, ich glaube mit den... Ach so, hier die Dinger. Nee, die Dinger hier. Die sollen wir nehmen. Sollen wir die alle einfach nur da hintragen? Hä? Ah, nee. Ach, wir sind doch doof. Die müssen hier in die Maschine. Oh, oh, obla. Ich bin gerade beinahe selber reingeflogen. Okay. Genau. Super. Genau. Hier muss man nämlich... Den nächsten darfst du gleich machen. Oh Gott. Äh, welcher... Was? Nee, weil ich gerade einen mache. Du musst warten, bis der durch ist. Dann kannst du den nächsten machen, während ich das hier wegbringe. Das geht immer nur in einem Durchlauf. Ah, fast. Ich glaube, ich wäre kein guter Handwerker geworden. Oh, genau die Mitte getroffen. Geil. So. Jetzt spuckt er den da aus. Ich bringe das weg und du machst den nächsten. Du machst erst ein Teil rein und dann setzt du dich auf den Stuhl. Geld, 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 Geld. Mehr Geld. So. Perfekt. Achso, die hast du schon aufs Laufband gelegt. Super, klasse. So, da kommt gleich was raus. Dann dürfen wir wieder. Nice. Einmal Y drücken. Ach nee, du bist ja gar nicht auf dem Controller. Du musst wieder raus. Okay, dann nicht. Dann mach weiter. Ja, hätte ich gerne, aber... Ja, alles gut. Du kannst auch gerne weitermachen. Dann trage ich die Säckchen weg. Ich bin nicht doof. Du, alles gut. Mach weiter. Hauptsache, wir schaffen das. Hauptsache, wir schaffen das in der Zeit. Nach dem kommt auch nur noch einer. Dann haben wir es. Zack. Das sieht so lustig aus, wie du auf diesem Stühchen hin und her fährst. Ich bin schon ganz aufgeregt. Deswegen hüpfe ich die ganze Zeit durch die Gegend. Dieung, 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 dieung. Okay, ich hör auf. Nein, du musst richtig runterdrücken. Ja. Und der Letzte. Ey, man hat so viel Zeit dafür, ne? Nein, du musst nur reinmachen. Oder willst du tragen? Nee, mach mal ruhig. Du bist ein guter Handwerker. Bitte schön, Sir. Jetzt fehlt noch... Ich versuche mal, diesen scheiß Bagger jetzt hier wegzufahren. Hoppla. Der stört doch nur. Wir fahren den jetzt hier hinten in die Ecke. So. Hier stört da niemanden. Aua. Ich wurde von einem Zaun her schlagen. Ich komme. Ich bin schon... Oh mein Gott, hier gibt es zwei Maschinen. Wir hätten einfach gleichzeitig arbeiten können. Wow. Naja, wir haben jetzt Zeit. Ich dachte, die eine ist kaputt oder gar nicht funktionstüchtig, weil hier... Weil er ja da steht. Letzten. Wir kriegen Geld. Wir kriegen Geld. Kohle, 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 Kohle. Aua. Ja. Und der Letzte. Juhu. Geld. 50. Alter, so geil. Kohle, 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 Kohle. Bitte schön. Lade ein, das Ding. Also hier beim Bau kann man... Echt gut Geld schäffeln. Vielleicht sollte ich im Real Life auch über den Bau nachdenken. Bin ich viel zu schwach für. So. Warte auf mich. Ich will mitmachen. Sonst kriege ich den Job nicht mit. So. Jetzt. Yay. Okay, was müssen wir machen? Ah ja, genau. Ich will noch einen. Gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Ja. Jetzt. Oh Gott, jetzt bin ich mal rausgefangen. Ah. Hier passiert. Lol. Nein, komm her. Ja. So. Ich lauf nach hinten. Ich glaub, dann brauchen wir auch nur noch drin. Und die eine in die Rückwand mach ich. Du brauchst nur noch drin machen. Hilfe. Nein. Was? Ich hänge in der Wand. Scheiße. Vielleicht kann ich dich wirklich rausklipschen. Ich glaub, du musst das jetzt fertig machen. Und jetzt lauf wieder zurück, weil da fehlt nur noch ein Stück. Vielleicht fall ich dann raus. Hilfe. Es tut so weh. Zu Hammer. Ach jetzt, Gott sei Dank. Alter. Ich geh sonst mal nach drinnen, dann mach ich die Innenwände. Dann kannst du außen machen. Boah, es wird so ein schönes Haus. Ich spür das. Das wird richtig schick, das Häuschen. Yay. Wir sind so gute Häuschenbauer. Oh, guck mal. Jetzt helfen die uns. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Dächer so gebaut werden. Ja, manchmal vielleicht nicht ganz. Yay, good work. That's a mighty... Oh, 38. Eben gab's noch mehr. Naja. Wo ist denn der nächste ATM? Äh... Ach ja, stimmt. Die Dollarzeichen sind ja ATMs. Dann brauchen wir nur bis zum... Alleine brauchen wir nur. Ja, das ist ganz schön weit. Die sind beide weit weg. Ach Mann, ist das ätzend. Naja, gut. Gibt's ein bisschen Fahrt über die Land. Und danach schnappen wir uns wieder den Heli. Nee, pass mal auf, wir machen das anders. Du steuerst das Auto und fährst zum ATM. Oder möchtest du lieber fliegen? Was willst du lieber? Fliegen kann ich nicht. Okay. Dann fährst du zum ATM. Markier dir den mal auf der Straße, auf der Karte. Kann ich gleich noch nicht. Mir hängt hinten einer drauf. Dann mach ihn weg. Ich versuch's uns mal. Warte mal, bleib mal, sonst wo du bist. Und ich komm jetzt zu dir. Oh, das war knapp mit der Leine. Und lenk dich so ein bisschen. Ach, da bist du schon ganz. Okay, wait a minute. Da bist du. Okay, 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 okay. Ja, wir müssen hier hoch. Ist doch richtig, glaub ich, oder? Ich glaub schon. Und dann bitte rechts hoch. Nicht gleich geradeaus fahren, sondern rechts hoch. Da so? Ja. Genau, und dann gleich wieder links. Und dann hast du da nämlich eine Tanke. Und da ist nämlich ein ATM. Das ist zwar gar nicht der, den ich ausgesucht hatte, aber auch gut. Schneller ist... Jetzt. So, pass mal auf, ich hol mal einfach alles raus. So, das ist 30. Guck mal, das sind schon mal beides deine. Und dann nehm ich noch den 50er raus. Und dann kannst du deine schon mal einzahlen. Vorausgesetzt, ich krieg ihn da raus. So. Der 50er ist nämlich auch noch deiner. Dann haben wir nämlich jeder einmal 30, einmal 38 und einmal 50. Ja, Geld. Oh Gott. Aua, aua, aua. Geh doch weg. Hör auf. Da wollte er mir das Geld klauen. Und mein Da-da-papapapapapapapapapapapapapapap. Nächster. Ja. Bis zum nächsten Mal.